So, weiter geht's, würde ich mal sagen, hier in der Arena, beziehungsweise in der Schule, bei Pokémon, äh, Wingborn, ja. Geht's heute zu Trainer, was gibt's hier? Auch Trainer. Oh nein, sie fordert uns nicht heraus. Aha, die Lurik-Seed, was auch immer. Jetzt haben wir die Tür aufgemacht und kommen und gucken wir mal die rein, falls das noch nicht geheilt war, müssen wir jetzt nicht ganz einen Umweg machen. So, nächster Trainer. Hallöchen. So, everyone else didn't do anything. Hm? Christ, it's all to me. Doch, die anderen sind sauer, aber gern nicht. Schon versucht draufzuhalten, aber... ...vergibt es... ...vergibt es... ...vergibt es... ...vergibt es... ...vergibt es... ...das... ...was war das für ein Attack, ja. ...und ein paar Fangspunkte. Sehr schön. ... 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 Schlaf guter. Wunderschön. Das dauert jetzt mal andere Pflanzen abzukriegen. Ich bin mal hier. Ein bisschen... Wenn ich nur Cuts hier oder sowas wie Rasierblatt oder irgendeine effektive Kampferattacke bekriegen würde. So, ums zu leveln. So, mach den Rest, Max. Wie gesagt, mach den Rest. Da ist noch was übrig. So. Du warst noch einer. Oh, wo wir gerade dabei waren. Und eine Grasattacke. Ach, verdammt. Das klingt doch nix. Paralyse? Ne. Muss nicht. So, Schallellos. Schallellos heißt im Englischen Chalos? Dann die einfachen... Dann haben wir einfach AL hinten. Oder Schallellos. Interessant. Unsere Führung selbst vor der Start. Verdammt. Als ob. Mensch, Max. Das muss doch irgendwie... Er kommt jetzt einen Meter in den Kampf. Immer noch hin. Was kommt? Was? Warum? Was ist die Güte? Nachbeziehung. Okay, jetzt doch. So. So, hier können wir gleich mal zum... Äh, nein. So. Und jetzt zum Pokémon Center Dings. So, ähm... Zwei Stationen. Die Schul Schwester. Die Schul Schwester. Äh... Keine Interesse. Räume, die Sie nie missen. Das sind wie... Zwift und Area A. Right? Die, die Sie sind bereit, zu uns? Also, jetzt hätte ich dich von ihnen angesprochen. Sondern werden die vorbeigeschlichen. Oh, Porygon. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Porygon haben wir hier noch gar nicht im Spiel gesehen. Das ist nur. So, da hätten wir es. Ich hätte ja auch wieder gerade überlebt. Nein! Auswechslung, auswechslung, auswechslung. Baum pflanzt gegen Feuerpokémon. Ich glaube, wie wird heute? Das war klar. Vielleicht kriegt er ja trotzdem noch Erfahrungsbote. Da hätten wir noch keinen Wasserpokémon. Wir müssen nach dieser Arena hier schnell einen Wasserpokémon finden für das Team. Das ist gerade noch unsere Schwäche. Feuerpokémon haben wir noch nicht wirklich was. Das war eben der Gegensatz der Tunnel. Wenn wir in der Feuerarena kommen, haben wir mal ein Problem. Ich weiß gar nicht von welchem Typ, der die hier in dieser Arena setzt. Bisher kämpfen wir nur gegen Schüler. Nach jedem Kampf erst mal hin. Damit die kaum noch damit kämpfen können. Ja, das war voraus zu sehen. Ja, das war voraus zu sehen. Sieht noch wie die Schuhe aus. Natürlich Quick Attack. Ja, da kommt der durch. Sehr schön, neues Level. Oha, das war sehr effektiv. Das ist aber leider auch. So engst. Sandsturm. Ich hoffe, dass ich die andere nicht schlafe. Das ist auch in der Rest. So im Schlaf. So im Schlaf. Um Schlaf zu schmieden. Okay, jetzt pumpen wir auf die Weihnachten. Ich glaube, die haben beide nur eine Reit am Deckmund. Problem, Prof. Ich habe Probleme mit den Quiz-Questionen mit der Studie. Ich habe einfach nur die Bücher über die Schule zu schreiben, und ich bin bereit, die Antwort zu finden. Einige von diesen sind wirklich schwer, aber sie sind notwendig für die Antworten, für jemanden, der sich für eine Flüchtlinge befindet. Aha. Die Nummer hier. Let's see. Ich habe kein Wort verstanden. Das kann ich euch gerne nicht übersetzen. Ich habe kaum was verstanden. Ich habe noch gar nicht gekämpft, aber egal. Da ist der nächste Trainer. So viel für die Gäste. Die Runde endet hier. Das glaubst aber nur du. Das glaubst eigentlich selber nicht. Das war's. Das war's. Das war's dann wohl. Ich habe glaube ich immer noch keine heile Drecke. Was eigentlich Krippisch ist. Oh, wir haben Pflanzen-Pokémon. Den Wasser-Pokémon kann ich einstecken. Ich habe aber keine Pflanzen-Attacke. Das ist immer noch blöd. Pflanzen-Pokémon haben aber keine Pflanzen-Attacke. Oh, das ist dieses Schlaf-Dings. Die Katze-Pink ist irgendwie selten. Ein bisschen schon, aber naja. Harsierche hieß das, glaube ich. Na komm, verdammt. So, mach's alle. Und da kommt das letzte. Schwester. Oh, Schwester haben wir hier. 40. Auf jeden Fall sein. Das können wir verlieren. Schwester bringt auf jeden Fall was. Ich guck mal was gleich mal aus. Naja. Das ist die anderen Taten schon deutlich besser. Das ist ganz besser. Na komm. Lass dich nicht überrollen. Ja. Ja. Kann das sein, dass das der Gewalzer ist auf Deutsch. Wünsch. Wünsch. Eben ja. Ich guck mal. Ja komm. Die letzten Metern. Ja. Sehr schön. Löt 22 für UNRAT HIDOX, jetzt haben wir den Raum, der besiegt, dann gehts jetzt glaube ich direkt in die Pokémon Arena, der letzte der war der Türsteher für die Arena, dann wollen Fangen wir mal, die Türsteher sind natürlich auch rein, hat lange genug gedauert Oder auch nicht Locked Und nun Jetzt gehts hier lang Aha Sie Some dump kids can't do anything quite, can they? Look Max, we really don't take it personally Wie ist das sonst gemeint, wenn ich persönlich But I know a loser when I see one You can only coast by one luck and pity for so long So come on, smile By now letting you embrace yourself in our gym, I am going to a favour Natürlich, you won't even tank me, but it's fine Evidently I gotta be used to tankless work No, just turn around, go home and give up Niemals Lass uns kämpfen, dann werden wir sehen, wer hier der Loser ist Ja, I didn't really seem to be smart enough to listen to me Fine, have a true way, man Ja, nice Kein Kampf gegen Föhn Werden wir sehen, wer hier der Loser ist Wenn er nach Hause gehen kann Muss ich mal bitte durchlässt Was kommt auf? Was ist denn der Scheiß? Ich hoffe, ich bitte dich Ich wollte nicht beweisen, wer hier der Loser ist Okay Komm hier Okay Über meine ersten schwächsten Pokémon So angreifen muss das nur nicht heißen Okay Okay Das ist eine sehr starke Attacke Nein Ich hoffe, dass er sich heilen kann Ich hoffe, dass er sich heilen kann Ich hoffe, dass er sich heilen kann Twister ist echt eine dreckige Attacke Er ist ein cover Gut, mal schauen Da�대pere ich den셔야 Ich werde hier Betracht Bist du sich echt Ach du Scheiße Letztes Ach Du Scheiße Gut, was muss doch hier Das ist der Effekt. Halt doch die Hand. Okay. Hast recht, Firm. Wir gehen. Wir machen die Arige nicht mehr. Ich bin zu schwach. Seid mein Starter, man kann das regeln. Ähm, ja. Ich sehe hier gegen meinen Feuerstarter. Gute Nacht. Äh. Warum ist er so schwach? Es ist eine Feuerattack hier gegen Pflanzen-Pokémon. Jetzt mach mal. Mach mal hin. Irgendwie lässt sich jetzt hier von einem Pflanzen-Pokémon besiegen. Jetzt gibt es einen Rausschmiss. Aus dem Zwiebel. Na bitte. Es gibt nur noch keine Tränke. Wir müssen Tränke besorgen. Das wird kritisch. What? Gut. Loser. Ja, noch nicht. Das mache ich mal. Das mache ich mal. Ein bisschen geplanter. Und dann klappt das. Ähm. Und dann gibt es einen zweiten Versuch. Das ist ein bisschen geordneter. Ich glaube, Manky hat es gut gemacht. Da können wir einsetzen. Aber... Das geht doch so schnell nicht auf. Jetzt wissen wir... Das war die ersten Probe. Jetzt wissen wir, was funktioniert. Jetzt wissen wir, was das Team kann. Wie war das? Wir wissen, was das Team kann. Das stimmt, der konnte sich nicht bewegen. Ich muss erst mal das Ganouli besiegen, dann können wir Modi einsetzen. Das hat viel geteckt und so was halt letzten normalen Attacken. Irgendwie scheint er als Anderer nicht wirklich effektiv zu sein. Der Gast macht es aber wie ein bisschen... Mit Tränken käme ich hier deutlich weiter. Es ist halt blöd, dass da natürlich... noch zwei Pokémen danach kommt. Das kann ich mit Modi alleine eigentlich schwer schaffen. Aber bitte jetzt nicht heilen. Komm, halt doch durch, verdammt. Das ist halt jetzt kritisch mit Modi da jetzt alleine. Und die anderen, die Vorbeiz gut geleistet hätten. Aber so geht's auch. Die Modi wird noch stärker. Ja, genau. Ja, genau. Das ist nicht mit Ember hier. Das war mein Fehler. Beim ersten Mal. Und die Lute hier ankommen. Oh, wir haben gleich eine Entwicklung uns aus. Leck dich mal. Wie ich das Level richtig sehe. So, so sieht's nicht aus. Wir haben mal den Loser. So. So, you are infiltrating clearly, both come or not, the difference between us is isn't that great. So why is it like this again? Is it the badge? You think you are so cool just because you are doing the gym league thing and apparently the robots know you know not, you can play at that game max. If a second weight trainer like you can keep up and then you won't have any problems sleeping in the Reborn League. I should thank you max, but I am not going to. You haven't earned stats and I've got better things to do. Later loser. So, we have just seen if he is. He is full out small. Now I'm going to load my team up. And then we go into the Arena. After we have to leave the game. After we have to leave the game. After we have to leave the game. And here we go. Please, finally. We can do it. I think we can do it. Is it good to say that? Ah, we also had to leave the game. Dorina takes education very seriously. So serious. In fact, you have to answer a set of quiz questions. You can access your arena. Study up your young one. Okay, it's in the quiz arena. Nice. So you are at Florina's gym. Okay, so Florina's fighting style is a little different from what you might expect from it. A grass leader. A grass leader. Then we can do it with our failed Pokemon. We can do it. Why did it not yet? In the W26, we should have to go to Florak. I have to leave it. Here. Team is certain around sand. What? Okay, then we have to leave it. The desert rose fighting style can be tricky. She will try to stall you out and take you down. With residual sand damage. And other status effects. Florina's all about knowledge and strategy. So try something different from that to beat her. Maybe you can find a way to use the sand and get lucky even if she insists that not affect her. Or pick something that hits heart and power to her before she can get her effects going. Grown over rain's refuel. Good luck. Good luck. I wonder if she doesn't know what I have to face against Sands this bug's? Well.. Is that one level 26? Not the level 26? Was that not level 26 when it is developed? The level 26 since they developed? Ich muss doch eigentlich schon ein Kugang sein, oder nicht? So, Texo entwickelt sich mit Level 36, ok. Na, dann haben wir noch ein bisschen von uns. Ich denke hier ist Level 26. Ok, auf geht's. Das ist das Problem, warum wir hier nicht rein können. Aha, die Tür ist verschlossen. Ich verstehe es gerade nicht wirklich. Vielleicht haben wir einen, müssen wir einen anderen Eingang nehmen. Nur doch das ist der eigene und der Erregner. Da müssen wir einen Schlüssel finden, der am Ende der Regale drin ist. Vielleicht wird es euch nicht alles vorlesen. Vielleicht ist der Schlüssel irgendwo irgendwo drin versteckt. Na toll. Oh, oh, oh. Wir müssen was jetzt überantworten, damit es weiter geht wahrscheinlich. Das ist hier die Arena. 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 Der Gr Competitor kein Level ab. Tja, dann erwarte ich mal. Hm. Tja. Tja, ein Hot-Level, das tut 2-Evolve, ich würde mal raten, vielleicht Level ... ... 35 ... So, das haben wir jetzt ... Ich hab gerade mal einfach aus ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tja, ich versuch's mal einfach so ... ... aus dem Willen heraus ... ... ich rate mal ... ... ... ... 410 ... Alter Cheater ... ... ... 2 of those ... ... effect can increase, change the power, act good to type of summer text ... ... ist wahr ... ... ... ... ... ... ... ... Das muss wohl die 300 67 sein, habe ich richtig geraten, sehr schön. What level does Starmillion Rapid Spin? Level 1 Ok, jetzt haben wir alles gelöst, können wir jetzt hier rein oder wie? Ah, fantastisch. Das ist unser Bugmo Team. Bugmo Team ist fit. Da haben wir immer noch kleine Tränke. Was soll es? Ich würde ihn tatsächlich mal speichern. Die Zeit des Parts ist voll. Im nächsten Part geht es in die Arena rein. Da hatten wir jetzt nochmal so ein Kampfespart vor der Arena hinführen. Beim nächsten Mal geht es in die Arena. Vielleicht doch schon gegen den Arena later. Habt noch einen tollen Tag, bis morgen. Bis dann und tschau.